ich kann nicht mehr lange auf dem weg hier herüber einen moment hübscher lasse nun vorsicht wenn ich an der reihe oder ihr ich hoffe als nächstes bist du auf jeden fall dran so dass wir bei dem nächsten so begegnen wir uns also wieder todesmutig können wir die alliterationen überspringen und gleich zum kampf kommen und er zieht ab und er wie ihr wünscht mein freifelhaft fettischer feind es wird mir eine wahre freude sein euch zu töten zu mir auf dem weg zurück lasse nun vorsicht walten und das obwohl ich die augen geschlossen hatte so ich würde hier tatsächlich gerne hinten erst mal ein bisschen kämpfen bis ich den stufenaufstieg habe ach komm hau den typen zu kleinholz und das obwohl ich die augen geschlossen hatte wo geht die magierin schon wieder hin hinten bleiben ja 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 wahrscheinlich ich krieg auf die kasse meine magierin stirbt weil die wieder irgendwo hinwegläuft ach magierin es ist ein krampf nee ach man es ist nur ein krampf mit dieser scheiß magierin ist es nur ein krampf alter es ist wirklich nur ein krampf und ich krieg die ganze zeit auf den sack weil die nach vorne rennt denkt sie müsste kämpfen ich sag die ganze zeit nach hinten wird mir immer ganz warm und jetzt muss ich die ganze scheiße noch mal machen ach nee auf kommt macht jetzt mal was es kann doch nicht wahr sein auf visiere zielattacke visiere zielattacke sie werden uns alle töten so unfähige typen alter ich habe nicht dahin geklickt ja hör auf zu lachen mittlerweile bist du echt richtig unfähig dann braucht ihr auch tausend jahre bis sie wieder heilt das hat bestimmt weh getan ja ich habe nicht dahin geklickt und wieder bin ich siegreich gut dann geht es also wieder los das macht mich immer noch völlig fertig sie werden uns alle töten es ist halt so wie es ist so tut doch was barbe wir werden sonst sterben ihr solltet das wirklich mal versuchen wenn wir auch mal versuchen in den Arsch zu treten so was zum beispiel schon wieder wo willst du hin wo willst du hin wo willst du hin wartet hier haltet diese position sie taucht einfach hier vorne auf läuft einfach dahin wo man sich denkt was tust du was soll das werden ich bin ich bin ich bin ich bin auch nicht wirklich hinten sondern sie machen einfach das was sie wollen sie werden uns alle töten ich habe auch jetzt immer noch keinen stoßenaufstieg das heißt ich kann auch immer noch keinen komm alter kriegst du jetzt mal aus dem Arsch mir mal zu helfen du so tut doch was barbe wir werden sonst sterben also ich spiele noch mehrere strategien einfach immer irgendwie ein bisschen zunichte ich kann nicht mehr lange aushalten ich kann nicht mehr lange aushalten rettet mich so was macht die magierin schon wieder wir sind verloren hinten bleiben lassen vorsicht weit dann geht es also wieder los zwischendurch einfach irgendwie euch musste erstmal lang latschen wartet hier halte diese position Diese Passagen sind auch überhaupt nicht sooo geile, weil meine Begleiter nicht so viel machen oder machen können. Auf die Entfernung, wo die andere die dann halt abknallen und ich muss sie halt mich durchschnallern. Warum ist jetzt hier kein Speicherpunkt? Das ist ein bisschen unverständlich. Könnte mir jemand anders besser helfen. Gut, ich kann natürlich, er hat natürlich ein paar Kristalle. Ich könnte auch ein paar Kristalle einsetzen und uns heilen. Das heißt also, wir gehen jetzt gleich mal da rein. Das testen wir jetzt mal. Das kann jetzt nicht wirklich anders laufen als schief gehen. Katastrophal. Können wir die alle drei. Wie ihr wünscht. Kommt endlich zur Sache. Knapp du altes Sappel. So langsam. Okay, also das heißt, ich muss ihn jetzt, ich muss ihn jetzt bedingen. Ich muss ihn abknallen wahrscheinlich. Also, Leute. Alter, und der hält auch noch abartig viel aus, oder was? Wobei, warte mal, ich könnte die ja einfach als Schutzschild nehmen und ihn da hinten abknallen. Er kann, er kann davon nicht auf meine Leute abschmurzeln, aber ich schieße den Fnaf ab, Alter. Fuck you. Ohne Scheiß. Unser wasspielhaft beherzter, noch ein bisschen blasierter Barde, machte sich auf den Rückweg zur prall proportionierten Prinzessin Kayleigh. Ich habe wirklich genug von diesen abscheulichen alliterativen Ankündigungen. Vor allem von diesen abscheulichen Safe-Game-Platzierungen. Okay, also ich habe jetzt ein bisschen mehr Mana. Ah, und ich habe immer noch keinen Stufenaufstieg. Mensch, was soll das denn? Gib mir einen Stufenaufstieg endlich. Ich habe leider keine rührige Beschwörungsgrenze. Aber ich kriege nicht mehr Mana. Weißt du schon mal was? Ähm... Entschuldigung. ach jetzt sind wir hier ok ja ja steckt ihr also ich hatte mich schon gefragt wo ihr euch verkrochen habt ihr habt es geschafft ihr seid weitergekommen als jeder andere das hatten wir doch schon ihr seid ziemlich empfindlich wisst ihr das aber das liegen mag dabei habe ich doch so wunderbare gefährden und gar nicht zu werden ich habe etwas das wird euch bestimmt aufmuntern ein neues lied ein richtig gutes sogar warum warum schaut ihr mich so eigenartig an ihr hattet das lied die ganze zeit ja und ich vermute dass man mit ihm irgendeine art krieger herbeirufen kann oder nun ja warum habt ihr mir das lied dann um alles in der welt nicht schon früher gegeben nun ich also es war bitte tut mir nicht weh ihr nehmt es seltener ah ja ok was tut man nicht alles für die holde weiblichkeit wir sind eh noch nicht so arg an der holten weiblichkeit dauert noch ein bisschen safe zum verlassenen f drücken euch nehmen die taste dann kommtxton uh rätti 14 rätti 14 glatt jen 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 Oh, very well. Where shall we begin? Hm. This looks interesting. There he is! The Bard is coming! Hooray! Hooray for the Bard! Yes, it's me! Take that! Your hero has arrived! Death to the Bard! Ow! Ah! 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 Hm. Hm. Is it me, or did it suddenly just get hot in here? So the Bard decided to take the short and narrow road, otherwise known as the easy way out, to the nearest bar. The Bard here is a nice way out! It's me.